Dankeschön! Ihr Applaus ist meine Booster-Impfung. Vielleicht sollte ich vorher fragen, wer von Ihnen kennt mich? Ja, vielleicht sollte ich mich ganz kurz vorstellen. Ah, das Niveau haben wir. Gut. Mein Name ist Homajon Seefert. Das ist ein schwieriger Name, vielleicht üben wir den gemeinsam. Für mich ist er auch schwierig und ich kenne mich relativ lang. Ich sage Homajon und Sie rufen Seefert. Homajon. 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 Seefert. Homajon Seefert. Was ist das für ein Name, werde ich nämlich gefragt. Meistens von meinen Eltern. Und er heißt frei übersetzt Herrscher aller Welten. Ah, Spaß. Er heißt großartiger Liebhaber. Und ist ein persischer Name, ja. Heutiger Iran. Iran, kennst du? Könntest du Iran? Iran, kennst du? Könntest du? Könntest du? Könntest du? Iran, kennst du? Könntest du? Könntest du? Iran, kennst du? Könntest du? Iran, kennst du? Könntest du? Das Land, wo die Frauen gesteinigt werden, weil sie einen Abbausch vergessen haben. Der Muezzin stündlich runter schreit vom Minarett. Ein misogynes Biotop der Schreihilse. Quasi Social Media in real life. Deswegen sagen alle, die aus dem Iran kommen, ich komme aus Persien, das Persische Reich. Da funkeln auch die rot-weiß-roten Augerl hier im Raum. Der Ursprung der wahren Aria. Und das Persische Reich war the place to be. Aber eben vor 1500 Jahren. Heute der Iran. Von der Hochkultur, direkt in den Abschiedskampf. Das Rapid des Mittleren Ostens. Mir tut der Witz auch weh. Ja, eine Zeit lang ist auch mit Austria gegangen, der Witz. Ja, aber ich bin echt froh, heute hier sein zu dürfen. In der argen Arge. Weil hier habe ich vor ein paar Jahren meine zukünftige Ex-Frau kennengelernt. Die Monika. Meine große Liebe. Obwohl sein Kopf kleiner war als ich. Und das war hier, in der Arge, auf einer Abtreibungsparty. Und ich erkläre, Abtreibungsparty ist ähnlich wie eine Babyparty. Nur ohne Babys. Und es war Liebe auf den ersten Blick für mich. Für sie war es Liebe auf den zwölften Blick. Sie hatte immer rechts von ihr. Und das war hier vor sechs Jahren. Und danach waren wir sieben Jahre glücklich liiert. Ungefähr. War ein Schaltjahr. Bis sie mich im Sommer verlassen hat. Vom Altar stehen gelassen. Danke für Ihre Empathie. Das ist nicht gespielt, das ist echt. Ja, sie hat mit ihrer Schwester im Bett erwischt. Aber es war alles ein Missverständnis. Ich dachte, es wäre Mutter. und ich wollte einfach nur nett sein. Aber sie ist ja das nicht so locker. Und war weg. Na, war Spaß. Ein bisschen Spaß im Kabarett geht noch, oder? Der Grund war viel banaler. Sie meint, ich kann meine Gefühle nicht artikulieren. Habe ich zu ihr gesagt? Veronika. Monika. Das heißt ja auch Gefühle und nicht gerede. Ja, aber sie war nicht mehr zugänglich für vernünftige Argumente. Und war weg. Die Trennung war schwer für mich. Sicher 50 bis 60 Kilo. Den lasse ich sickern. Deswegen bin ich jetzt in Therapie. Ja. Weil ich muss dazu sagen, meine Therapeutin ist irgendwie ein komischer Kauz. Sagt man das so? Komischer Kauz? Oder komische Eule? Kauz, oder? Komischer Kauz wegen der Alliteration. Ja. Wobei, haben Sie schon mal Eule gegessen? Ja? Ich schon. In einem Oil-You-Can-In-Restaurant. Tierwitze. Ah, Ihre humoristische Achillesferse. Dann machen wir da weiter. Weil mein Sidekick, Ramon Esteban-Alejandro Schmidt-Lindemann, hat die besten Fischwitze der Stadt. Ja, servus, grüß euch. Ombres und Senoritas. Ich habe die besten Fischwitze. Dann fangen wir an. Die lese ich euch vor. Pass auf. Silenzium. Seid Fische. Seid Fische demokratisch. Demokratisch. Ja. Weil sie verstetigen sich mit Wahlen. Sie verstetigen sich mit Wahlen. Versteigen Sie? Ja, ich weiß eh, sind Säugetäre. Na, ist ja wurscht. Tun wir weiter. Das ist leibend. Haben die Fische einen Führerschein? Haben Fische einen Führerschein? Ja, deswegen gibt es den Golf von Mexiko. Den Golf von Mexiko. Versteigen Sie? Ja, das redet ja. Na, super. Spielen die Fisch Gitarre. Spielen Fische Gitarre. Ja, deswegen gibt es Riffe. Es gibt Riffe. Versteigen Sie? Na ja, einer muss haben Sie. Ja, was ist das? Fräsen die Fische einen Leberkass? Essen Fische Leberkäse? Ja, deswegen gibt es Seepferdchen. Versteigen Sie? Seepferdchen. Ja, dürfen Sie einmal lachen. Es ist ja keine Beerdigung da. Haben Sie, passen Sie auf. Haben die Fische einen Weitblick? Ja, deswegen gibt es Fische-Objektive. Fische-Objektive. Versteigen Sie? Na ja, ich verstehe es. Na ja, 140 kommen noch. Sind die Fische? Sind Fische-Heimwerker? Ja, deswegen gibt es Hammerhaie. Hammerhaie. Versteigen Sie? Ja, das ist ja spanischer Humor. Hombres. Na ja, dann machen wir einen letzten. Das ist ein bisschen ein Intellektueller, Intellektualo, wie der Spanier sagt. Passen Sie auf. Gönne die Fische Nackertöpfern. Gönne Fische Nacktöpfern. Ja, deswegen gibt es Plankton. Hä? Plankton! Versteigen Sie? Na ja, in der Leihwand. Das gefällt mir super. Na gut, das Ihnen das gefällt, weil nach der Vorstellung verkauf ich das Birkel da. Die 105 besten Fischwitze. Bauer bei Käpt'n Iglo. Erschienen im Fisch-Tippchen-Verlag. Gute Nacht. Ja, manchmal denke ich über Persönlichkeitsspaltung nach. Ja, aber mein Problem mit der Therapie, um das wieder anzusetzen, ist, ich glaube nicht wirklich dran. Also ich glaube nicht an Psychoanalyse. Udi Ellen war sein Leben lang in der Psychoanalyse. Mit welchem Ergebnis? Er hat seine Adoptivtochter geheiratet. Wie soll mir das helfen? Ja, ich habe niemanden adoptiert. Außer es meldet sich jemand freiwillig nach der Vorstellung. Ja, aber vielleicht ist das die Lösung. Diese innere Leere füllen mit Kindern. Also jetzt nicht Kinder aufessen. Sondern Kinder in die Welt setzen. Das wäre schon was. So ein kleiner Hommajon. So eine kleine Hommajohanna. Aber da muss ich auch was gestehen. Ich finde, Kinder sind relativ... dumm. Ja, ich meine, wie viele Nobelpreisträger gibt es unter den Kindern? Null. Beweisführung abgeschlossen. Aber weil schließe ich viel zu sehr von mir selbst auf andere. Ich war ein sehr dummes Kind. Ich habe wenig verstanden von dieser Welt. Straßenschilder zum Beispiel. Ich dachte immer, ein Notar wäre Notarzt in der Schildkurz war. Weil das Kind schreibt mir oft seinen Namen, viel zu groß, von einem Blatt Papier. Oh, mein Blatt aus. Weil ich halte Notar. Oder... Oder... Simple Radio-Werbungen waren für mich ein Rätsel. Sie kennen sicher die Radio-Werbung, wenn ihr eine Küche wollt. Ein bisschen mehr Energie, Leute. Für mich ist auch die sechste Stunde. Ja, aber dann was? Was dann, dann? Hat für mich nie ein Ende, diese Nummer, diese Werbung. Oder ich dachte immer, dass F in FPÖ steht für Faschistenpartei Österreich. Okay, ein Glückstreffer. Ja, und die Monika und ich wollten ja ein Kind. Aber wir haben uns gesagt, wir üben zuerst mit Tieren. Also nicht so. Also legen uns ein Haustier zu. Puh, nochmal gerettet. Und selbst da konnten wir uns nicht einigen. Sie wollten unbedingt einen Hund, ein italienisches Windspiel. Und ich wollte eine Katze. Bitte? Ah, eine Perserkatze. Ja, lustig. Das ist echt gut. Das erste Mal in der Geschichte, dass ein Witz aus dem Publikum ins Kabarettprogramm schafft. Gar schüttelt man trotzdem nicht. Gut, eine Perserkatze. Was für ein Heißlschmäh. Und geeinigt haben wir uns dann auf eine Schildkröte. Und dann hatte ich mal als Kind eine Schildkröte. Aber Obacht, jemand, der einen Panzer hat, will auch Krieg führen. Übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, wissen Sie, wie man es einen potenziellen Pornonamen herausfindet, aus was sich jemand nach der Vorstellung umschulen lassen möchte. Es ist ganz simpel. Aus Vornamen nehmen Sie den Namen Ihres ersten Haustiers. Und aus Nachnamen die Straße oder Gasse, in der Sie aufgewachsen sind. Und das spielen wir jetzt durch, damit wir wach werden. Was wäre Ihr Pornoname? Erstes Haustier. Burschi. Und Nachname? Straße? Burschi Putzendorf. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich es anschauen würde. Wie wäre Ihr Pornoname? Oh, Happy. Dann passt. End. Wenn Sie in der Endstraße wohnen, wäre das super. Sagen wir es einfach. Happy End, super Pornoname. Gut. Ihr Pornoname? Ja. Bärnsch. Bärnsch? Björnsch? Wärnsch. Nachname? Das klingt mir so wie so eine Salzburger Delikatesse. Ja, überlegen Sie es noch. Wir können nachher darüber reden. Sie können nach der Vorstellung, können Sie den gegenseitig die Pornonamen ins Gesicht rufen. So lernt man neue Leute kennen und geht nicht als Single nach Hause. Mein Pornoname war übrigens Rokko Hartl. Ja. Ich glaube, der geht in Wien besser, weil da kennt man die Hartlgasse. Ja, und Sie merken, ich habe ein Herz für die Viecher. Man nennt mich nicht umsonst die Edith Klinger der Kabarett-Szene. Und Tiere sind ja allgegenwärtig in der deutschen Sprache. War leider meistens negativ konnotiert. Wie blöde Kuh oder dummes Schwein. Und sagen wir mal, Schweine? Schweine sind doch gar nicht so dumm. Schweine sind sehr intelligente Tiere. Und ich glaube, die Verteidigung der Intelligenz der Schweine liegt in der Redewendung begründet. Wenn das heißt, ein dummes Knu, wenn alle sagen, Knus, Knus sind doch gar nicht so dumm. Die können kommunizieren über den ganzen Ozean. Da tänzelt das eine Knu. Ah, da war es das andere Knu. Ah, bei der Blume gibt es keine Pollen mehr. Knus. Und ich bin ja der Meinung, dass alle Tiere und alle Menschen so im Schnitt gleich dumm oder klug sind. Bis auf Rehe, oder? Ich meine schon, da können wir Rehe, oder? Die dummen Schweine, darauf können wir uns einigen. Das Rehe als Feindbild im Kabarett, oder? Da sind wir uns einig im Raum. Wie sie dastehen, die Rehe. Stoisch, den sicheren Tod ins Auge blicken, auf der Landstraße. Kein Fluchtreflex, keine Reaktion. Batsch. Und irgendwann pickt das Rehe am Kühlergrill leer des Dacia-Tasters. Aber sagen wir es ehrlich, im Wahlen würde die Geschichte ganz anders ausgehen. Da würde das Rehe den leblosen Körper des Dacia-Fahrers heimzahlen. Weil Dacia sind sehr unsichere Autos. Da habe ich einigen das Leben gerettet. Und in solchen Momenten wie heute, denke ich immer an meinen Opa, weil er hat immer eine Antwort gewusst auf alles. Er war der Meinung, das Wichtigste an einer Beziehung ist das Schluss machen, weil das bleibt einem für immer. Aber er hat auch viel wehres Zeug von sich gegeben. Immer beim Schwammer suchen, jedes Jahr, er fand das sehr originell, hat er gemeint. Der Blätterwald ist für Intellektuelle. Der Nadelwald für Junkies. Ja, er fand das sehr lustig. Und an solchen Tagen wie heute, wo ich gezwungen werde, über meine Trennung zu reden, hilft mir auch eine Geschichte von meinem Opa zum Thema Liebe. Kennt man das in Salzburg? Liebe. Ja, kann man nachher googeln. Es war einmal ein Arzt, der schrieb nächtens die schönsten Liebesbriefe der Welt. Doch niemand konnte seine Handschrift lesen. Bis er sich eines Tages in eine Apothekerin verliebte. Da habe ich gesagt, Opa, Opa, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden, jeder Topf findet einen passenden Deckel. Opa schaut mich enttäuscht an und sagt, Omayon, du hast wie immer nichts verstanden. Die Moral von der Geschichte ist, schreib deutlich, als musst du ein Leben lang Apothekerinnen daten. Und, äh, ja, danke für den Zwischenapplaus. Nein, ich finde, das sind das beste Publikum heute. Ja, in der Westbahn war ich furchtbar. Nein, nein, also wir sind wirklich tapfer. 120 Fischwitze kommen noch und dann bin ich weg. Und das Witzige an der Geschichte ist, ich habe die Nummer vor zwei Jahren geschrieben und meine jetzige Freundin ist tatsächlich Apothekerin. Sie studiert Pharmazie. Sie ist Dänin. Und trotzdem Stretch-Cinni vom Badminton. Stretchen? Wortspiel für die Feinspitze. Und, ja, Dänemark, ein ganz anderer Kulturkreis. Ja, wenn man dort geht, sagt man, hi, hi. Also zweimal Hallo. Furchtbare Verabschiedung. Das klingt wie so eine Maßregelung. Na, hallo, hallo. Kommt man ja nie weg. Da rufe ich mir italienisch. Dann sagt man schon, ciao, wenn man reinkommt. Und ich glaube, dass sie mich auch früher oder später verlassen wird. Ja, nicht, weil ich ein Verhältnis mit ihrer Mutter habe, aber weil ich meine Gefühle nicht artikulieren kann. Vielleicht hat sie es ja schon längst. Vielleicht hat sie mich schon längst verlassen. So check ich es nicht. Und ich glaube, sie begrüßt mich ständig. So wie meine Mutter. Die hat nach meiner Geburt zum Rauchen begonnen als Exit-Strategie. Die Mama holt nur schnell Cheek. Danke. Ich möchte den Applaus nicht abwürgen. Ich muss noch was sagen. Ich habe vergessen. Ich spiele mein ganzes Programm, das nennt sich Rückenwind, am 12. Oktober im kleinen Theater. Es gibt noch 70 Restkarten bei 50 Sitzplätzen. Also seien Sie schnell. Es ist ein sehr kleines Theater. Bitte reservieren Sie. Empfehlen Sie mich weiter. Ich habe draußen noch einen kleinen Verkaufsstand. Da verkaufe ich meine CD. Das ist mein erstes Programm. Ich verkaufe auch CD-Spieler, falls Sie keinen CD-Spieler haben. Um 10 Euro. Ich signiere es dann auch gerne. Ich signiere es gerne als, ich schreibe drauf, Michael Niverani, dann können Sie so viel haben verkaufen. Um 12 Euro. Danke. Mein Name war Hohmann und Seferth. Wiederschauen. Vielen Dank.